Die Marktteilnehmer haben große Angst, es gibt mal wieder eine Allmeldung, nämlich die EZB-Sitzung von heute. Es ist eine finale Entscheidung getroffen worden und warum diese Angst absolut unberechtigt ist, warum die Zentralbank genauso agiert hat, wie wir es in unserer vorherigen Analyse und Prognose schon erwartet haben, das erfährst du, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Es ist der große Kampf, wann wird es zur Krise kommen. Wir wissen alle, dass es zwangsweise bei der jetzigen vergangenen Geldpolitik, die sehr, sehr locker gestaltet wurde, früher oder später zu einer Krise kommen muss. Die Frage ist nur, wann. Und jetzt haben tatsächlich viele Marktteilnehmer erwartet, dass die Zentralbank sich dazu äußern wird, dass sie die Anleihenkäufe drosseln wird, dass eventuell sogar eine Zinserhöhung angekündigt werden könnte. Und es ist natürlich fast nichts davon eingetreten, denn wir müssen uns überlegen, was sind die zwei möglichen Szenarien. Szenario Nummer eins, sie macht weiter wie bisher und wir wissen, diese ultralockere Geldpolitik wird früher oder später zu einer Hyperinflation und zu einem Systemcrash führen. Das heißt, wir haben einfach nur die Krise dann weiter in die Zukunft verschoben. Oder sie sagt, okay, wir hören schlagartig auf mit dem Notkaufprogramm für diese aktuelle Zeit und wir haben dann eben jetzt sofort die Krise. Und man kann sich sicherlich vorstellen, wie sich die Zentralbank entschieden hat. Vollkommen richtig. Sie schiebt die Krise weiter in die Zukunft. Das heißt, man hat jetzt mittlerweile auch schon wieder die Bestätigung rausbekommen, dass man bis Ende März 2022 diese Notkäufe weiter fortführen wird in Höhe von 1,85 Billionen Euro, die mindestens bis zu diesem genannten Datum fließen sollen. Man hat auch nicht das Ende des Zinstiefs in Sicht gestellt, sondern im Gegenteil, man hat gesagt, man lässt sie auf dem Rekordtief von 0%. Die Banken müssen also immer noch für das geparkte Geld bei der Zentralbank einen Strafzins sogar bezahlen von minus 0,5%. Hierzu können wir dir die Videos auch zum Thema Negativzinsen auf dem Erfolgskanal nur ans Herz legen, wie du dich davor schützen kannst. Weil wir gehen davon aus, dass das Zeitalter der Negativzinsen erst gerade begonnen hat. Also wo viele Marktteilnehmer immer noch davon ausgehen, dass die Zinsen ja mal wieder steigen müssen, gehen wir genau von dem Gegenteil aus, dass man mit Ach und Krach versucht, diese Negativzinspolitik durchzupreschen, weil sie einfach dazu führt, dass Kredite fast verschenkt werden. Und das größte Problem, was wir momentan sehen, ist, dass die Christine Lagarde sogar noch krasser drauf ist als der Mario Draghi. Das heißt, sie wird einen Teufel tun, ihre jetzige Geldpolitik infrage zu stellen, sondern wird weiter mit Vollgas auf die Wand zufahren. Und jetzt ist eben interessant, man hat eine Sache, und das ist wieder das Interessante, hat man in die Wege geleitet. Und zwar hat man gesagt, man möchte es moderat geringer ausfallen lassen, wie viel Anleihen man kauft. Das heißt, man hat jetzt hier als große Messlatte etwa 80 Milliarden Euro, werden momentan von der EZB in Wertpapiere investiert, um das im Endeffekt um die Konsequenzen der aktuellen Krise zu bewältigen. Und da hat man einfach nur gesagt, das möchte man moderat zurückführen. Aber man hat sich da relativ bedeckt gelassen. Also wie viel dann moderat sein könnte oder geringer sein könnte, das hat sich die EZB offen gelassen. Und man kann eigentlich sagen, okay, es wird eigentlich dabei bleiben, ob es jetzt 80 Milliarden Euro sind oder meinetwegen 77 Milliarden oder 70 Milliarden. Das ist eigentlich fast eine Sache, die den Kohlen nicht wirklich festmacht. Was mich immer wieder wundert, sind dann auch die Nachrichten von Gold. Also mittlerweile haben wir hier auch dann die Nachricht, Goldpreisabsturz vor EZB-Sitzung. Vollkommen unberechtigt, weil wir sagen, Gold ist in der jetzigen Zeit eine super Versicherung. Denn egal, wie sich die Zentralbank momentan entscheidet, es wird zu einer Geldkatastrophe kommen. Wie gesagt, entweder wir drucken noch mehr Geld und das Geld entwertet sich so schneller, als wir gedacht haben, und es wird in die Zukunft verschoben oder aber es wird eben frühzeitig beendet, diese ultralockere Geldpolitik und die Zinsen werden angehoben und diejenigen, die sich verschuldet haben, die können ihre Kredite nicht mehr zurückbezahlen. Also so oder so befinden wir uns momentan in einem Dilemma. Das heißt, egal wie sich die Zentralbank in Zukunft aufstellt, Gold als sicherer Hafen ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und gerade auch in Zeiten, wo wir wiedersehen, dass Kryptomärkte komplett volatil sind, komplett abhängig sind von irgendwelchen politischen Maßnahmen. Das wurde jetzt ja in El Salvador als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Und dort geht man eben wieder davon aus, dass jetzt die Kryptowährungen sogar abgestraft werden könnten, weil als gesetzliches Zahlungsmittel wird es immer gefährlicher für die Staaten, für die Regierungen. Und wer glaubt, dass sich die Staaten das einfach so gefallen lassen, dass da irgendwelche Bitcoin-Millionäre den Markt der Zahlungsmittel sozusagen dominieren können, der wird sich noch sehr stark umschauen müssen, weil diese etablierten Unternehmen, diese etablierten Institutionen, kann man fast sagen, wie die Staaten, wie die Regierung, wie Amerika, die lassen sich natürlich nicht einfach so die Macht abnehmen. Und man muss auch ganz klar sagen, wir haben es bei dem sogenannten Ripple-Coin gesehen, dort wurde es ja schon abgestraft, weil die einer der wenigen Coins waren, die gesagt haben, wir sind Zahlungsmittel. Die anderen Coins, die sind ja eher nur Investitions- oder Spekulationsobjekt und die wurden sofort abgestraft. Und man weiß ja heutzutage, der Ripple-Kurs, der ist irgendwo im Nirvana. Also das könnte natürlich auch das Schicksal von Bitcoin sein. Und auch dort könnte wieder eine unabhängige Möglichkeit sein, in Gold zu investieren, um eben in ein limitiertes Gut zu investieren, was eben schon seit Jahrtausenden bzw. seit sehr, sehr langer Zeit immer wieder bewiesen hat, dass es dem ganzen Geldsystem-Wahnsinn einen guten Widerstand leisten kann. Und jetzt kommt eben auch noch das Interessanteste. Wir werden auch in den nächsten Sitzungen von den Zentralbanken unserer Meinung nach immer nur noch solche Wischi-Waschi-Aussagen hören, dass wir moderat das Ganze vielleicht geringer ausfallen lassen. Aber wir reden nochmal, wir reden hier über 80 Milliarden Euro, die in Wertpapiere momentan investiert werden. Das ist natürlich ein Riesen-Stimulus für alle Aktionäre. Warum? Weil solange dieser Geldhahn nicht zugedreht wird, fließt das Geld erstmal in die Wirtschaft, fließt es in die Unternehmen. Und die gewöhnen sich natürlich daran. Und wenn man dann auf einmal diesen Geldhahn zudrehen wird, und das geht nur noch um die Frage der Zeit, also ist es eben jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre, ist es in den nächsten fünf Jahren, wo man den Geldhahn zudreht, dann wird die Bombe platzen. Und mich würde es mal interessieren, wie du die ganze Situation wahrnimmst. Werden wir noch eine steigende Zinsphase erleben? Und wenn ja, wann könnte es dazu kommen? Und vor allen Dingen, wie stellst du dich momentan in diesen Zeiten aus? Wir sagen ja auch immer, es gibt drei Strategien, wie man sich vor der aktuellen Zinspolitik schützen kann. Erstens, man geht erstmal in Bargeld, dass man sich das ganze Geld nicht auf der Bank einfach hortet und auf den Girokonten. Das bringt nämlich überhaupt nichts, weil wenn da irgendwas passiert, ist das Geld erstmal weg. Zweitens, das ist das Zeitalter der Sachwerte, der limitierten Güter. Und drittens, investiere in dich selber, in dein Wissen, denn das ist das Einzige, was nicht enteignet werden kann. Und selbst in einer Krise braucht man gute Informatiker, braucht man Leute, die eben beispielsweise auch in den sozialen Bereichen Wissen sich aufgebaut haben oder eben auch im finanziellen Bereich. Und das ist meiner Meinung nach der beste Plan, um sich vor einer so gewagten Geldpolitik zu schützen, denn dadurch wird ja unsere Leistung minimiert. Das muss man sich ganz klar eben immer vor Augen halten. Der Bäckermeister muss hart dafür schuften, dass er am Ende des Monats Geld bekommt und diesem Geld steht eine Leistung gegenüber. Währenddessen die Geldpolitik der Zentralbank, da steht überhaupt keine Leistung dahinter. Das Geld wird einfach gedruckt, aus dem Nichts geschaffen und das ist irgendwie dann doch für den Bäckermeister und natürlich auch für andere Arbeitnehmer, die hart für ihr Geld schuften, dann doch etwas unverständlich. Und in der jetzigen Zeit wird das so akzeptiert, als wenn das das vollkommen Normalste auf der Welt ist. Und das ist es nicht. Und viele reden deswegen natürlich wie ein Markus Krall, wie ein Dirk Müller davon, dass dieses System irgendwann zum Erliegen kommen wird.